Das Web 2.0 ist gescheitert und jetzt wird es euch vielleicht so gehen, wie es mir ganz am Anfang ging. Was ist denn eigentlich das Web 2.0 und wieso ist es gescheitert und was hat es mit Netflix und Amazon und Fernsehen zu tun? Naja, also Web 2.0 ist laut meiner schnellen Erklärung oder meinem schnellen Verständnis User Generated Content, also die Leute machen einfach mal mit. Und das war da ganz große heiße Scheiß. Das war noch vor Industrie 4.0 und Konsorten. Also das musste man haben und für mich gibt es so ein paar Punkte, wo man das dann hat Fusten sehen. Also für mich zum Beispiel Foren. Gutes Beispiel, gab es aber schon ewig, ist eigentlich nichts Neues. Foren, toll, ich stelle eine Frage, dann kann man diskutieren, bla 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 bla. Und wie endet das? Das endet so, dass mir Leute E-Mails schreiben mit Sachen, die man eigentlich googeln kann oder in Foren fragen kann und dann sage ich, sorry, kannst du jetzt nicht in einem Forum fragen? Ja, aber da kriege ich so viele Antworten und dann weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Und Subtext, die Leute diskutieren sich dann zu Tode und irgendwann schreit dann einer Jehova und er wüsste dann, Goodwin's Law, wie das dann immer endet. Am besten nach Sauerstoffarmkabeln in einem Hi-Fi Forum fragen. Oder welche verkaufen, das ist noch besser. Wenn einem Hi-Fi in irgendeinem, ich sage in irgendeinem Hi-Fi Forum, sie versuchen zu verkaufen wegen solchen super teuren Kabel. Da sind dann schon immer die Kommentare, also bei Facebook sind glaube ich die Kommentare immer gleich gesperrt bei sowas. Funktioniert, um sich wirklich auszutauschen, aber funktioniert bedingt. Amazon Bewertungen, wir hatten es ja schon. Funktioniert meiner Meinung nach ganz schwer, gar nicht. Auch jede Art von User-Bewertungen, das geht zu Google Place, wo ihr halt auf Google Orte bewerten könnt. Also sagen wir es mal so, der Italiener oder hier kann irgendein Restaurant stehen, der nicht mal eine gute Bewertung hat, da gehe ich nicht rein, weil der war zu faul, seine ganzen Freunde und Verwandte anzuhauen. Also 3, 4, 5 gute Bewertungen sollten drinstehen, weil sonst wie gesagt, wenn du zu faul bist, dir eine eigene Homepage zu machen, und zu faul bist, dich auf Google eintragen zu lassen als Besitzer und zu faul bist, ein paar Fake-Rezensionen reinzumachen, dann bist du wahrscheinlich auch zu faul gescheit zu kochen. Ist total simpel, oder? Interessant wird übrigens der Gedankenbank, ich glaube heute kommen wir wirklich zum Quickie, wie das Ganze enden wird. Weil es gibt ja so ein paar Zwischenzustände, YouTube-Kommentare und so weiter. Aber man kann ja auch auf das, was die Benutzer so machen, dann noch einen Algorithmus draufsetzen. Dann wird ja alles gleich viel, viel besser. Und was passiert dann? Man hat ein Vorschlagsystem wie das Amazon-Zeugseinkauf-Hilfesystem, das funktioniert. Dann wird das Systeme wie Netflix und Konzertnummer auch immer irgendwie das Gleiche vorgeschlagen kriegt, was auch teilweise richtig gut ist. Aber ich höre von vielen, dass sie lieber eigentlich fernsehen und ohne es genau begründen zu können, ja, ich will mir nicht anstrengen, wenn ich von der Arbeit komme und einfach... Und da ist die große Wahrheit verborgen. Es ist nicht bloß, dass die Leute inzwischen zu faul zum Schreiben sind. Und deswegen Bilder machen und liken können sie, Instagram. Und jetzt gibt es ja schon wieder den neuen heißen Scheiß, wo man bloß labert. Ich denke, das ist dann der Endzustand, weil Blätter herlabern, schaut es mir an, das kann ja fast jeder. Ja, aber das ist nicht ganz der Punkt, wo ich jetzt gar drauf raus wollte, sondern eben diese Vorschlagsysteme, die auf der einen Seite von euch gefüttert werden und euch wieder Informationen liefern. Ich glaube, wir sind sie langsam leid. Und was jetzt kommt, Amazon hat gerade eine Rundfunklizenz beantragt. Ich weiß nicht, was sie damit machen wollen. Aber witzig ist halt, dass im selben Zug mir so langsam schwarnte, man hatte ja früher im Fernsehen, da hat man irgendwie nach der Tagesschau eingeschaltet, dann kam irgendein Ansager und hat angesagt, welcher Film jetzt kommt. Und dem hat man jetzt irgendwie vertraut. Ja gut, man wusste auch, dass der ansagen muss, was er muss. Aber man hat der kurativen Fähigkeit von ARD, ZDF oder dem dritten Programm insofern vertraut, dass um 20 Uhr jetzt nicht der super Horror-Jocker kam und dass es wahrscheinlich zur besten Sendezeit erträglich gut ist. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben Filme, die waren früher im Kino und dann kam es auf Netflix, dann geht man davon aus, davon habe ich schon mal was gehört. Viel Werbung. Auch da wieder, sie haben viel Geld in die Werbung gesteckt. Also haben sie hoffentlich auch viel Geld in den Film gesteckt. Haben sie garantiert. Bloß ins Drehbuch wahrscheinlich nicht. Das ist was anderes. Das ist so hier die kurative Norm. Aber jetzt gibt es halt viel Direct-to-DVD oder Direct-to-Streaming. Also Direktvertrieb ohne Kino dazwischen, weil man konnte jetzt auch nicht ins Kino gehen. Das fällt weg. Und plötzlich blubber da irgend so einen Film auf Netflix oder Amazon hoch. Bei Amazon ist es ja eh so, wie ein Kumpel sagt. Was auf Amazon kostenlos ist, das ist entweder uralt oder scheiß oder beides. Bei Netflix ist es auch schwierig. Tappt sich doch dabei. Man guckt und denkt sich, boah, zwei Stunden. Bewertungen sind eh immer fast mührmäßig gut. Da frage ich mal, bis es auf einem der üblichen Filmkanäle durchgenudelt worden ist. Natürlich, habe ich schon erwähnt, dass ich einen Filmkanal habe. Ja, okay. Ich mache es ja genauso wie ihr. Und das ist nicht unbedingt das Problem. Aber da merkt man, was die Leute wollen. Sie wollen eigentlich eine kurative Auswahl. Kuriert, kuratierte. Ja, jetzt habe ich Schwierigkeiten mit Verben. Auswahl. Und das Blöde ist, da könnten die alle so viel machen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob Amazon das mit ihrer Rundfunk-Rizenz machen will. Aber nicht nur sowas wie Filmkritiken, weil so weit will man es ja gar nicht haben. Es muss ja nicht unbedingt immer eine stundenlange Erklärung sein. Aber vielleicht ist die Zukunft wirklich, dass man ein paar Nasen hat, so Rübennase, die Filme aussuchen. Einfach nur aussuchen. Und dann weiß man schon mal, also wenn es durchgehen lässt, dann ist es schon mal nicht richtig furchtbar. Und er hat mehr den Geschmack, den oder den. Das, finde ich, ist auch das Sinnvollste überhaupt bei Filmkritikern, wenn man die Leute einschätzen kann. Und dann kann man schon, also im Prinzip, wenn der Film in der, sagen wir mal, FAZ zerrissen wird, dann ist er vielleicht gut. So in der Größenordnung. Oder auch völlig gängige Meinung von mir, wenn er einen Oscar gekriegt hat, ist er wahrscheinlich Mist. Es gibt Ausnahmen. So in der Richtung. Also auch das ist eine gewisse kurative Auswahl. Und da schreien die Leute danach. Und es wäre vielleicht, wahrscheinlich, irgendwann habe ich auch so was in der Art gelesen, dass das schon in Planung ist. So eine Art Streaming 20.15 Uhr. Ihr könnt, ihr habt vielleicht den Vorteil, dass ihr dann zurückspulen könnt. Aber es läuft um 20.15 Uhr, läuft auf Netflix Crime, läuft ein Krimi. Und ihr könnt halt, wie gesagt, zurück. Aber da kommt halt einer. Und um 18 Uhr kommt das A-Team. Also so war das früher, glaube ich, oder? War das 18 Uhr? Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, das, was die Leute wollen. Weil viele verbringen ja einen halben Abend damit, da in Netflix hin und her zu scrollen. Oder in Amazon oder wie auch immer. Und bei Amazon ist das so, dann denkst du, ui, cool. Und dann kommt, jetzt bezahlen sie. Äh, ich zahle auch keine 15 Euro für eine Serie, oder was? Oder wie? Oder wo? Ich zahle euch schon mit dem Prime genug Geld. Also, das ist so meine Meinung, was Fernsehen angeht. Und jetzt zu den Bewertungen. Ich habe mich dabei, ich habe mich immer lustig gemacht über einen Kollegen, der mal gesagt hat, der kam dann mit Stiftung Warentest. Und ich konnte natürlich gleich ein paar Beispiele aufzählen, wo Stiftung Warentest versagt hat oder für mich zu ungenau war, so wie auch Heise und so weiter manchmal Tests hat, wo ich sagen muss, ich habe da ein Video, da habe ich mehr Details. Aber lassen wir das. Und ich glaube, das setzt sich wieder durch. Diese Art von Instanz, die nicht fehlerfrei ist, die auch nicht, wir kennen ja die ADAC-Affäre und so weiter, die auch nicht frei von Einflüssen ist. Aber die Instanz, die zumindest mal nicht direkt Geld von einem netten Asiaten oder netten, sonst ist mir auch egal, von wem die Geld kriegen. Also wir haben es ja schon oft gehabt, wie auch ich schon versucht wurde, beeinflusst zu werden bei Amazon-Rezensionen. Deswegen, es gibt ein Video von mir, warum ich keine mehr schreibe oder bloß noch in Ausnahmefällen, weil ihr einfach zumindest mal die Ware umsonst kriegt, wenn ihr eine Fünf-Sterne-Bewertung abgibt. Damit ist das System langfristig kaputt. Das geht immer eine Weile. Und das Systeme versuchen dann auszuweichen. Auch da kann man sagen, der Händler, dem es nicht mal wert ist, dass er sich ein paar Fake-Rezensionen besorgt, dann tagt vielleicht auch die Ware nix, gell? Interessanter sind eigentlich sogar die Händler, wo man sieht, da hat man mit der Tasse ein bisschen aufpassen, sie haben schlechte Bewertung gekriegt und sie reagieren drauf. Das ist eigentlich sympathisch. Das doof ist, Amazon ändert dauernd an ihren Bewertungsschemata, was man darf und was nicht. Also sie könnten es sich wahrscheinlich leisten, ein paar Leute zu bezahlen. Nein, ich bewerbe mich nicht. Das haben sie ja versucht mit dem Amazon-Wein. Es funktioniert so nicht mehr. Man kann die Bewertungen eigentlich in die Tonne treten. Deswegen schreiben mir Leute, du welchen USB-Hub hast denn du verwendet? Und ich antworte immer ungern. Ich benutze das Ding nicht so intensiv, jetzt nur um ein Beispiel zu nennen. Das treffe ich fast in jedem Bereich. Oder bei dem Lichtschlangen-Video mit RGBW-Lichtschläuchen. Du, gib mir mal einen Link auf das Ding bei Amazon. Nein, das mache ich nicht, weil das Video ist zwei, drei Jahre alt. Selbst wenn ich jetzt dir den Link gebe, dann ist das wahrscheinlich ein anderer. Und ich war ja nicht mal begeistert von dem Ding. Die Leute sind so, die sind schon froh, wenn es ihnen beim Einschalten nicht explodiert, habe ich manchmal das Gefühl. Und dann schreiben sie mich an. Und deswegen mache ich es inzwischen halt doch so, dass ich, wenn ich irgendwas getestet habe, steht der Link unten in der Videobeschreibung, teilweise mit einer Bemerkung dabei, kann sein, dass es nicht das Beste, Billigste und so weiter ist. Die Leute, die kaufen manchmal auch Sachen, wo ich gesagt habe, das ist meiner Meinung nach nichts, was ich kaufen würde. Tja, wie seht ihr es? Habt ihr Lösungen? Ich möchte Lösungen. Ansonsten, ihr wisst ja, ihr findet alles, was euch interessiert, unten in der Videobeschreibung. Das ist von mir persönlich kuratiert. Und auch da findet ihr dann einen Link auf meiner Homepage. Und da ist vieles Zeug, was ich verwende. Und das, was da drin steht, ist wenigstens mal Zeug, was mir nicht gleich um die Ohren geflogen ist und was ich ab und zu auch wirklich verwende. Ja, also für den Köche war das, glaube ich, okay. Und bevor jetzt die doofen Fragen kommen, ja, mit der Folie, da hat es eine Bewandtnis. Bis zum nächsten Mal. Servus.